Hey, Internet und YouTube. Hallo? Ja, das ist jetzt peinlich. Ja, es gab jetzt doch noch eine, die Geisterstadt. Richtig. Und, naja, eigentlich wollten wir in den Urlaub, aber gut. Müssen wir halt Überstunden machen bei der Weltrettung. Was kriegen wir dafür? Keine Ahnung. Wir sind in einer Geisterstadt. Sind jetzt Geisterjäger geworden? Das ist Agentenleben nichts. Du, 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 du. Wer sollst du? Ja. Quantum Halli. Jemand, der sich gut verstecken kann. Da. Eine psychiatrische Abteilung. Unter dem Krankenhaus führt ein Tunnel dorthin. Wissen die das alles? Ich hab keine Ahnung. Allgemeinbildung. Das lernt man schon. Gut. Alles klächeln. Und ob. Auf Wiedersehen. Nein, auf jeden Fall nicht. Ach, verdammt. Das Nasen? Ich hab Nasen. Ich hab's auch verstanden. Zeig dir eben grad Nasen... Ach du Sche... Oh, 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 oh. Folgendes Szenario. Ich dachte, die haben hier nicht hingeguckt und dann dachte ich, ich kann sie umlegen und ich sollte aufhören zu denken und nur noch das tun, was du sagst. Nein, nein, belebe mich nicht wieder. Ich habe es nicht verdient. Tu es nicht. Das war fester als sonst. So. Schon 1000 Euro. Ach, verdammt. So, ich tue jetzt das, was du tust. Genau das. Ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist. Das zu tun, was ich machen würde, ist auch nicht. Oh mein Gott. Eins, zwei, drei. Sniper. Und Sniper überall. Ja, der rechts ist am nächsten. Den können wir da oben. Ist eine Luke. Da können wir jetzt rein. Ja, Idiot. Kann ich hier... Weit? Was ist denn im Weg? Sorry. Oh, Erkundung. Warum du... Du nicht, oder wie? Ne, stand jetzt nichts. Ha. Ich habe das Erkundungs-DLC-Pack. Bah. Ja. Okay, du machst den Sniperino. Ich mache... Gar nichts anscheinend. Weil hier kommt der niemand. Hey, 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 hey. Da sind noch ganz viele andere. Oh man, das schaffe ich nicht. Oh man... Ich habe kein Vertrauen mehr in mich. Warum darf da noch einer sein? Unten ist aber noch einer. Da geht um das Haus herum, Fidiwum. Okay. Der Sniper ist tot. Die sind ein bisschen nervös geworden. Auf jeden Fall. Müsste nur einer hier zum Geländer kommen. Das wäre echt... ...dreck sehen. Wie kann ich rufen auf Z? Äh... Nein, der hat gleich einen Helm. Man kann den abknallen. Verdammt. Ja, aber da steht neben einer. Die haben er gestolpert. Da ist nichts passiert. Er kann auch eines natürlichen Todes gestorben sein. Was habe ich jetzt? Team ZZ? Was ist das? Das muss ich mal jemand ansehen. Ja, jetzt wissen sie es. Nein. Was bin ich hier dauernd auf dem Team? Achso, was schreibst du denn alles? Möchtest du denn das geheime Botschaften? D, 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 D? Nein, ich habe mich verklickt. Okay. Achso. Siehst du, ist vermutlich weg. Die denken sich auch, hm, er ist nur gestolpert und ist auf eine Kugel gelandet. Ja. Unglücklicherweise ist die Kugel dann in seinen Kopf gerammt worden und ist gestorben. Siehst du, zack. Ja gut, man kann auch Pech haben im Leben. Ja. Oh. Das sind zwei Stück, ne? Von mir? Ich kann mir einen holen. Ich kann mir einen holen. Oh, shit. Ich kann mir auch... Ich kann mir... Ich kann mir einen holen. Ich hole mir auch einen. Perfekt Exekution Time. Yes. Auf Doom. Wop, 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 wop. Pass auf, ich bin Sniper, die ziehen her. Warte. Ich warte. Ziel ist neutralisiert. Du neutralisierst gerne, oder? Ja, ein wenig. Ein wenig. Ja. Wop, 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 wop. Da kommt einer. Wop, wop, wop. Okay, nur hier. Oh. Wieso machen wir Dubstep-Geräusche, wenn wir in Noten kommen? Hahaha. 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 Puh. Ich kann mir sehen. Du bist schon wieder am Eliminieren? Ich bin ja... Das wäre einmal noch auf der Agentenschule. Wenn es bremslich wird, dubstub einfach machen, weil dann klingt es halt nach Musik. Okay, ich erledige den Typen da mal. Hast du einen Sniper? Sehr gut. Warum habe ich den... Nee, eh töten. Au, das war ein hässliches Geräusch. Das war... Oh, hast du eine schallgedämpfte Snipper? Und? Was sagt sie? Moment. Das sieht so aus, aber ich bin mir nicht... Ich glaube nicht. Ich will es nicht riskieren, oder? Das sieht man nicht so aus. Aber ich glaube, nur ein Gegner ist noch da, oder? Ah, nee. Ich glaube, zwei. Kannst du austesten. Oh Gott, der tut es wirklich! Das hat mir 10.000 Dollar gebracht, ja? 10.000? Ja. Ja, easy. Oh, hier ist noch einer unten. Oh, hat er sich erwischt. Riechkanatik hat mich, hat mich, ja. Ja, das kann man ja nicht wissen, dass man den, ähm... Bereich gesichert. Ich wusste nicht, dass der es so weit werfen würde. Genau. Kann man ja nicht wissen, dass man den Weltrekordhalter in Weitwerfen gegenübersteht hier. Komm schon, bringen wir es hinter uns. So, was denn? Achso. Ja, das hier. Okay, dann los. In Position. Alles klar. Gut. In der Nähe ist deine gute Abseilposition. Benutz sie und geh rein, bevor man dich fliegt. Yes. Was sagt die Zeit? Äh, sieben Minuten. Sieben Minuten, okay. Dann gehst du links ein Abseilen, ich rechts. Ich gehe in ein Abseil? Na, hier steht Abseil. Achso, ja. Hopp. Und... Ja, das ist der. Und nicht zu zicken. Achso, man muss nach unten drücken, ne? Dann springen, ja. So. Dann geh doch... Sprengen. Wahrscheinlich werden wir gleich durchs Fenster reinrasen und dann in Zeitlupe alle erledigen müssen. Nee, aber... Zu edelig. Okay. Hä, wie bist du da reingekommen? Ja, von meiner Seite. Du musst den ganzen Weg rundherum gehen jetzt. Oh, nein. Nein. Und den Koffer habe ich dir auch weggenommen. Hahaha. Ach, verdammt. Ich hasse mein Leben. So. Das ist auf einmal sehr ruhig geworden hier. Oh, er speichert bei mir schon wieder. Wo bist du? Ich bin hier unten. Oh, spricht jemand? Okay. Er sagt, wenn du etwas siehst, dann sag Bescheid. Oh, hier sind drei. Ich brauche Hilfe. Ich komme von unten. Warte. Ich bin nicht da. Oh, die sind gerade. Ja. Können die nicht alle betrunken sein? Das sind Russen. Also sind sie. Okay. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Okay. Hast du ihn? Einer. Einer weg. Okay, kannst du den auf deiner Seite holen? Dann kann... Dann kann ich den auch erledigen. Ich gehe ein bisschen weiter hier im Gang. Ich muss ganz rundherum gehen. Okay, warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Erstmal lade ich den hier hin. Ich muss den. Ich bleibe ja sonst ein Deck von. Viel ausgeschaltet. Okay, hab ihn. Den jetzt auch noch. Yes. Wer sind wir? Aber hier ist ein Snipper. Achso, okay. Hier ist ein Snipper. Hier ist ein Laser. Blöder. Was? Das erinnert mich gerade an der Hitman-Mission. Hast du hier Hitman gespielt? Haben die uns ja gesagt, in der Agentenschule, dass man davon auch ein wenig lernen kann. Das war die Prüfung, Hitman fehlerfrei durchzuspielen. Richtig. Oh, ich hab euch. Ich hab euch. Du Mörder. Ist schon okay. Die wollen es auch. Oh, er sagt den. Ja! Oh, hinter mir ist ja einer. Oh, shit. Was? Wo, wo, wo? Hast du ihn? Wow, wow, wow. Da kommt auch einer. Hab ihn. Hier ist noch einer drin. Hinter dem ist auch einer. Nein! Was hat er dich geschubst? No! Der hat mich auch gleich gebrochen. Was ist denn das für ein Typ? Der schießt nach vorne. Was ist das für ein Irrer? Die Kugeln fliegen nach hinten. Was ist das für ein Typ? Hast du das gerade gesehen? Ach, Mist. Wenn das der hat, geht's. Cheatet. Auf jeden Fall. Okay. Wenn er cheatet, cheaten wir jetzt auch. Wir machen jetzt so gut. Wo speichelt er? Ich weiß gar nicht, wo das ist. Das ist vor dem Bekloppten hier. Ach, verdammt. Verdammt. Ein Cheater muss wieder... Oh, oh. Alles zerstört. Okay. Jetzt wissen wir, wie es läuft. Zack, zack. Jetzt sind wir gleich wieder dort. Das werden wir nie im Leben wieder so schaffen. Sondern sogar noch schneller. Einer ist down. Oh, der hat mich gestoppt. Warum, warum wird der geschossen? Oh Mann, wie viel halten die aus? Das ist doch... Jetzt hör auf hier zum Sterben. Knallen ab, knallen ab hier von hinten. Versuch da hinzukommen. Wie komme ich denn dorthin? Knallen ab. Ach, danke. Oder so. Wirklich abknallen, okay. Ach du Scheiße. Okay, hier kann ich nicht runter. Wer schießt denn hier? Ja, da schießt er auf unsere Abbildungen. Okay, was findet er mir? Ach. Also ich schalte hier die Leute links und rechts aus. Hinter mir und ober mir. Alles klar, das ist gut. Dann brauche ich ja keinen mehr ausschalten. Na ja, die anderen alarmiert. Der Idiot. Oh oh. Hier drin ist er. Oh oh oh. Hi. Kommen Sie ja auch wieder, oder? Ja. Ich hole mir mal hier so eine Giftgasattacke. Ah. Oh hinter mir. Ach du Scheiße. Oh wir kommen hier. Ja, drei Stück circa oder sowas. Ach Gott. Ich habe nur die andere Slipper noch. Das ist jetzt nicht so. Uiuiuiui. Oh der Schweizer. Bewegt dich. Nee, gar nackt. Bist du Schweizer geworden oder stirbst du gerade? Oh. Okay. Okay, das ist. Also. Ja. Wir werden uns bis zum nächsten Part einen Plan überlegen. Richtig, wieder mal. Ich habe schon einen Flipchart vorbereitet, wenn du dann Zeit hast. Ich bringe die Stifte mit, wie immer. Gut. Alles klar. Brötchen und Sekt gibt es. Brötchen und Sekt und ein wenig Schinken oder sowas. Keine Ahnung, wir machen jetzt einen Schloss. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.